Berlin, eine Touristenmetropole mit zwei Gesichtern. Berlin ist mit den meisten Profimannschaften der Republik die Hauptstadt des Sports. Aber es gibt auch ein anderes, ein betoniertes Gesicht Berlins. Viertel mit vielen Problemen und Brennpunkte wie Friedrichsfelde. Kinder und Jugendliche müssen schon einfallsreich sein, wenn sie hier nicht auf der Strecke bleiben wollen. Seit anderthalb Jahren dreht sich das Leben der 16-jährigen Carolin nur noch um Eishockey und um ihre Ausbildung als Einzelhandelskauffrau. Heute mag sie ihr Leben, das war nicht immer so. Also zum Beispiel in der Grundschule hat es angefangen. Erste Klasse war ich halt die ganze Zeit die Außenseiterin bis zur sechsten. Wurde halt gemobbt und alles. Ja, neunte Klasse war es glaube ich dann, wo ich dann angefangen habe mit Eishockey. Und deswegen bin ich viel selbstbewusster geworden und kann mich auch durchsetzen gegen andere. Ein paar Stunden später. Die alte Eisbahn Langquitz. Vorbereitungen für das Anfängertraining. Heute haben sich rund 40 Jugendliche und junge Erwachsene angemeldet. Carolin und Anja sind froh, dass sie die Erstausrüstung von Kick on Ice gestellt bekommen. Sonst könnten sie sich dieses teure Hobby niemals leisten. Bis zu 4000 Euro kostet ein Komplettoutfit von Kopf bis Fuß. Dank der finanziellen Unterstützung von Laureus können sie diesen teuren Sport ausüben. Über 200 Kinder und Jugendliche nehmen dieses Angebot regelmäßig an. Ob Jungs oder Mädchen, alle sind hier willkommen. Ja, also es gibt Leute, die Eishockey spielen als Mädels und die müssen dann aber auch schon zeigen, dass sie die Härte so auskönnen. Und manche können es und manche auch halt nicht. Auch Carolin hat hier ihren Platz gefunden. Wer regelmäßig ins Training geht, kann Dampf ablassen und neue Freunde finden. Außerdem ist Eishockey cool. Carolin und Anja sind stolz dabei zu sein. Ihre Motivation ist hoch, selbst das Lauftraining machen alle gern. Manche erleben hier zum ersten Mal, was es heißt, etwas durchzuziehen. Dazu gehört auch Konflikt-Training, wie hier in einer fünften Klasse. Sozialpädagoge Stefan Kahle und Polizist Thomas Gritzka vermitteln spielerisch, wie wichtig so einfache Dinge wie Zuhören und gemeinsames Handeln sind. Damit tun sich auch viele Erwachsene schwer. Super. 15. Nein, 13. 13,3. Super. Toll. Also beim dritten Versuch seid ihr schon bei 13,3 Sekunden. Wir kommen nicht hierher, wenn schon die großen Konflikte da sind. Die haben sich nicht geprügelt oder sowas, sondern versuchen, die dafür zu sensibilisieren, sehr früh zu erkennen, da könnte ein Konflikt oder erst mal ein Missverständnis, dann ein Konflikt entstehen und sie können dem schon ausweichen oder anders damit umgehen. Samstag, halb neun, Carolin, Anja und ihre Freundin Melli auf dem Weg zur Kick-on-Eis-Meisterschaft. Vierter Spieltag, Paul-Heise-Halle in Berlin. Das erste Spiel geht los. Anja trägt die Nummer neun und geht direkt ran. Caroline wechselt ein. Mit der Nummer 24 ihres Lieblingsspielers Philipp Pyrochta. Ein wenig schüchtern scheint sie fast. Aber alle gemeinsam schlagen sie sich wacker gegen die drittplatzierten Moabita-Eisbrecher. Am Ende? Unentschieden plus Fairness-Punkte. Wir spielen Pause, glaube ich. Acht Teams sind am Start und die geben in jedem Spiel zehn Minuten lang alles. Sport bringt sie zusammen. Unter Schützern und Helmen verschwimmen die Unterschiede. Wir haben ordentlich viele Tore. Vielleicht ist das eine Spiel, wo es ein bisschen mehr zur Sache geht. Aber die Anfänger kriegen Eiszeit. Da fällt schon wieder ein Tor. Ja, alles gut. Wunderbar. Mit Niederlagen umgehen und dennoch die Hoffnung nicht aufgeben. Das haben sie hier gelernt und verinnerlicht. Beim Laureus-Projekt Kick on Ice. Man muss sich einfach seinen Respekt erkämpfen. So wie im echten Leben. Untertitelung des ZDF, 2020